Ich bin derzeitig eingesetzt als Trainer für den Bosnischen Grenzschutz zum Thema Identitätsfeststellung von Personen ohne Dokumente. Wir befinden uns jetzt seit ca. zwei Wochen in Bosnien und trainieren dort eine in unterschiedlichen Themen, an unterschiedlichen Standorten, Personen, also Beamte des Bosnischen Grenzschutzes. Die Maßnahme wurde möglich mit Unterstützung von IOM, sehr tatkräftig in der Vorbereitung und Durchführung unterstützt hat. Wir trainieren die Beamten hier in der polizeilichen Identitätsprüfung und in dem Bereich der Ersteinreisebefragung, um eine Datengrundlage zu schaffen, damit Personen ohne Dokumente, unerlaubt Eingereiste identifiziert werden können.